Leblanc-Bann gegen Betsy natürlich und generell ein sehr, sehr starker Pick nach wie vor. Maokai ist dann schon etwas ungewöhnlicher, aber gegen Youngbuck möchte man eine Schwächung herbeiführen. Er selber wird ja oft als Schwachstelle von Copenhagen-Wulf so ein Stück weit erkannt oder gesehen als solche. Wobei er sich in letzter Zeit auf jeden Fall verbessert hat, also er hat da schon gute Leistungen abgeliefert. Er ist ein bisschen wie Dyrus, ist ein guter Spieler, wird aber sehr, sehr oft gekämmt. Also scheint es da ein bisschen schlimmer als es letztendlich ist und bisher weder Ryze noch Ekko gewandt. Auch eine Gragas zum Beispiel nicht, also hier könnte man wieder einen Tausch eingehen. Gerade auf der Purple-Side, dass man halt sagt, okay wir tauschen einen Power-Pick gegen zwei, indem man dann als letztes eine Gragas bandt und quasi den Jungle-Pick forciert. Callister, Alistar, Ryze, alles noch offen. Draven sogar. Draven sogar. Also da muss man sagen, und auch Ekko, also sie können jetzt nicht alles banden mit diesem einen. Einmal alles bitte. Und Draven nicht gebannt, Alistar offen. Und Ekko first pick. Nice. Also direkt das nächste Ekko-Spiel direkt hinterher. Mal schauen, ob das Ganze funktioniert. Aber Callister, Alistar ist noch offen. Ja, das wäre wirklich eine Option, die sich jetzt hier gerne mit schnappen könnte. Aber wie gesagt, Forgiven ist eigentlich kein Callister-Spieler. Und das ist schade, weil dadurch eben dieser Power-Pick verloren geht und potenziell an die Copper-Wolves gehen könnte. Das ist eigentlich die stärkste Bot-Land, die man momentan eigentlich haben kann. Also muss man sie doch eigentlich picken, oder? Ja. Aber Callister passt einfach nicht in den Forgivens-Playstyle. Überhaupt nicht. Und da ist dann das Problem, dass sie haben Callister nicht gebannt. Und Frees spielt Callister sehr, sehr gern. Ja. Nein, ne? Man könnte sich den Alistar packen und Callister offen lassen. Trotzdem natürlich gefährlich. Ich denke, da wird jetzt fleißig auch diskutiert werden. Ich denke, Alistar-Gragas würde Sinn machen. Eine Asi jetzt zu picken halte ich für... Und eine Rexai. Wow, okay. Okay, damit lässt man komplett die Möglichkeit... Vor allem Gragas ist ja auch noch offen kein Grund, warum er sofort eine Rexai sich nehmen sollte. Kopenhagos vor allem hat ja schon mit Lane-Pick. Das heißt, man hätte auch wesentlich später drauf reagieren können. Macht für mich jetzt wirklich begrenzt viel Sinn. Also, wie schon erwähnt, Alistar wäre hier ein absoluter Prioritäten-Pick gewesen. Mit Callister zusammen, bam, bam, beides jetzt einfach sich sichern. Gragas hat man auch safe. Wenn Rexai zu picken anstatt Gragas, finde ich noch okay. Rexai hat etwas andere Aufgabenbereiche oder hat andere Möglichkeiten. Einfach mit der Ult und mit dem Tunnel. Aber generell ist Gragas da sehr, sehr stark. Der Asi-Pick verwundert mich wirklich komplett. Ja, es ist generell. Also, man verwundert mich. Mich verwundert es total. Also, in Korea passiert das halt nicht. Da passiert es genau so, dass dann Callister Alistar direkt kommt als Antwort. Hier auch Alistar. Vielleicht ist es auch ein Bait. Also, vielleicht haben sie sich irgendwas Spannendes überlegt. Weil, ich meine, das wirkt auch schon wieder relativ einfach. Ja. Und jetzt der Rumble. Ist okay. Man hat... Wissen vielleicht auch, dass Callister kein Pick ist für Forgiven. Ich glaube, Freeze sagt, okay Leute, wartet nochmal, ich will wissen, was die picken. Ich habe Bock auf Draven. Aber gegen Nasir ist Draven schon mal riskant. Gegen Rexai auch. Wenn jetzt hier nochmal zwei Picks dazukommen, die einem Draven wehtun, dann wird es wahrscheinlich die Callister werden. Du feierst deinen Draven immer noch, ne? Ja, Freeze feiert ihn vor allem auch. Wobei, ein Javan würde ihm halt wirklich wehtun. Also, wenn der Javan eingeloggt wird, dann sehen wir keinen Draven. Das wäre dann die Rexai Toplane logischerweise. Oder Javan Toplane wäre auch möglich. Ja, das stimmt. Also, da hätte man die Flexibilität. Und das, obwohl zum Beispiel Koggenheim Wolves noch keinen Jungler selber gepickt hat. Theoretisch könnte man natürlich schon Kragas jetzt picken und damit beide Optionen nehmen. Ja, und das wird hier auch erstmal austariert. Also, Tatsache. Genauso passiert es. Rexai Toplane, Kragas im Jungle. Also, man holt sich da beides. Ich denke, durchaus noch eine Sache, mit der man leben kann. Aber jetzt die spannende Frage. Wird sich Freeze dann die Callister holen? Oder eine Draven, wie du gesagt hast? Forgiven mit einem Corki eher wieder auf einer sicheren, mobilen Variante. Na, Corki hat er auf den IEMs schon oft gespielt, wo dann Lucian und Graves gegen ihn gebannt wurde. Ist auch kein Schlecht-Hat-Gemain, absolut nicht. In Korea sehen wir ihn sehr, sehr oft. Er ist einfach solide, er macht alles ein bisschen. Super sicher. Sowohl in der Laning-Phase, als auch im Teamfight. Und jetzt... Ich meine, es könnte noch ein Toplane-Echo werden? Das könnte durchaus sein. Das wäre halt der Baiter gewesen. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, für welchen Adekir sich Freeze am Ende entscheidet. Ich glaube nicht, dass Draven hier Sinn macht. Callister wäre möglich mit Alistar zusammen, aber auch riskant. Irgendwann mit Escape wäre jetzt hier wahrscheinlich die logische Schlussfolgerung. Selbst ein Asheville wäre gar nicht mal so schlecht. Wie wäre die Performance mit einer Callister gegen einen Corki? Callister ist ganz gut gegen Corki. Lucian gefällt mir aber viel, viel besser. Und es ist in der Tat Echo Toplane. Wow. Mit Cork-Marmitte. Echo... Wow, Moment mal. Wir haben ja noch Rumble. Ja, das ist Echo Jungle. Wir haben ja noch Rumble. Das wäre Echo Jungle. What? Mit der Ulti vielleicht auch gar nicht mal so uninteressant, ehrlich gesagt. Mit den Fähigkeiten. Also wir sehen jetzt direkt mal die ganze Brandbreite. Also ja, eben Echo Midland jetzt im Echo Jungle. Wow. Und da bin ich gespannt, ob Gambit da jetzt eine Antwort drauf hat. Vor allem, was pickt man dagegen jetzt? Das ist die Frage. Ich glaube, das ist jetzt immer ein bisschen perplex. Der Lucian-Pick gefällt mir aber sehr, sehr gut. Ist auf der Lane gegen Corki absolut stabil, weil Corkis Hauptschaden von der Force-Fahr, wo man ausgeht und die kannst du mit Lucian mit dem ES-Stumpf dodgen, gewinnst jeden Trade quasi. Sie hätten theoretisch, wenn jetzt nicht Nautilus eingeloggt wäre, Gragas ja auch noch überlegen können, Support zu spielen letztlich. Könnten sie immer noch, aber damit verdichtet sie sich natürlich jetzt. Und natürlich auch ungewöhnlich, dass man den Support-Pick jetzt als letztes hat. Ja, eingeloggt für Gambit Gaming. So, Solon, jetzt bin ich gespannt nach deiner Meinung. Auch wenn es gemein ist, Echo-Jungle jetzt einzuschätzen. Also, ich weiß noch nicht wirklich, was ich davon halten soll. Von der Theorie her, er hat natürlich ein starkes Schild, was ihn schützt. Er hat guten AOE-Shan, prozentualen Damage, Auto-Tag, Reset. Er hat doch vergleichsweise gute Gangs. Also das W fliegt sehr, sehr weit. Das hat eine hohe Reichweite und es passt fast über die ganze Lane, du wirst entweder verlangsamt oder im schlimmsten Fall betäubt. Also, es ist schon beides sehr, sehr tödlich. Man kann das wirklich verwenden. Und, ja. Wir haben jetzt auch einen Gragas-Top-Lane. Kein Rek'Sai. Beides geht im Prinzip. Rek'Sai ist die moderne Variante. Gragas bete ich zu Gott und allen anderen, dass es nicht so EP-lastig wird. Wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Wir haben nämlich das Zerschmettern... Haben wir das Zerschmettern nochmal ändern sehen? Nein. Er kann das ja später noch ändern. Außerhalb unserer Sichtweite. Ja, ich denke auch, das wird der Fall sein. Musst halt in den letzten 20 Sekunden swappen. Das ist wichtig. Aber es ist eventuell der EP-Gragas. Und dafür habe ich mehr Angst vor einem Echo-Jungle. Weil Echo-Jungle, wie gesagt, du hast den Schild erwähnt. Und dadurch ist der Tänke, hat viel AOE mit seinem Q und prozentualen Schaden des Todes, den er nicht mal leveln muss. Der ist einfach da, wenn er aufsteigt. Und er ist natürlich mit den Gangs der Immobilie, denn sein E ist ein On-Head-Effekt. Es ist Gragas Top-Lane. Haben wir von Pabodstadt bereits gesehen. Aber bitte nicht auf Full-AP. Auch von Soas. Und du sprichst dann Full-AP, Gragas. Hat nicht wirklich funktioniert bisher. Früher vor den Nerfs, nach dem Weaver. Sehr, sehr stark gewesen. Inzwischen aber super riskant. Aber ich denke wirklich, wir sollten hier unsere Augen auf Erex mit Echo im Jungle richten. Wie der hier performt wird entscheidend sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Erx hat verschiedene Picks ausgepackt, auch interessant gebannt bei Echo. Hatte halt große Freiheiten. Ich denke, wird die Full-AP-Variante wählen müssen. Aber es ist halt ein bisschen ärmer. Da sprechen wir dann ein Problem an, was auf jeden Fall präsent ist bei den Kompromos, und zwar die Tanklosigkeit. Sie haben zwar Alistar, aber ansonsten sind sie hier mit einem Assassin, einem Articary und einem Poke-Champ unterwegs. Und Rumble, der ein bisschen Grund-Tankiness hat, aber er fängt sogar mit dem Weaver. Naja, das hat einen großen Vorteil, weil du hast halt wirklich viel Tankiness. Mit dem Q kriegst du zwar ordentlich deine passive Stacks. Du stunst vor allem mit den Minions, ne? Ja. Also du kannst doch schon einiges verhindern. Ich hab's halt schon beobachten dürfen. Das war auch beim Dr. Pepper Cup war das. Und das war ganz cool. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. War schön zu beobachten. Du bist natürlich schon eine etwas ärmere Version, weil du einfach nicht so, in der Regel nicht so viel Gold hast. Außer du farbst 8k. Okay, aber das will man ja in den seltensten Fällen. Laneswap nun zu 100% bei Gambit. Und ja, mal gucken, wie Youngbug darauf reagiert. Hat mit dem Rubikenkristall angefangen, um da direkt Richtung Maske zu gehen. Ist ein ganz stabiler Start. Und die sichere Variante, wie das Doransblade. Einfach, weil man mit weniger Gold schnell an seine Items kommt. Wohingegen der Kabo-Chart mit dem Doransring gestartet hat. Also da wirklich eigentlich auf die Lane-Präsenz gehen wollte. Ist ihm jetzt im Laneshub nicht allzuverhelfen. Und da sehen wir sofort, der Stun ist da. Das ärgerliche ist natürlich, dass das Schild abläuft, bevor der Stun abläuft. Also das wäre natürlich noch besser, wenn das Schild danach noch halten würde. Aber der Stunt verhindert trotzdem sehr, sehr viel Schaden, den Eriksons kriegen würde. Es ist ja vor allen Dingen doppelt gemoppelt. Also entweder das Tier greift dich nicht an oder du verhinderst viel Schaden. Oder dass das Tier nicht angreift, ist vielleicht sogar am Anfang besser. Weil der Blue-Buff halt mehr austeilt, als der Schild eventuell kompensieren könnte. Es ist tragisch, dass es nicht perfekt funktioniert. Aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Kommand-Wurfs haben nun bemerkt, was das Gambit geplant hat. Dank der sehr, sehr frühen Warp-Platzierung. Teleport kommt jetzt auch runter und Cabo-Chart, er hat einen Ring dabei. Lässt noch nicht ganz drauf schließen, was passiert. Thorans Ring holen sich verschiedene Charaktere. Das ist da keine große Tragödie. Lässt man sich ja etwas auspushen? Gruzu-Pepper natürlich mit Lauti los. Ja, sie haben die Golems gemacht. Beziehungsweise die Crux und Cop-Mamuels hat da dem Jungler geholfen. Also da merkt man immer noch die Stärke des frühen Level-2s. Oh, Youngback muss schon flashen. Aber auch Cabo-Chart, die hier den Bauchhammer ja nicht perfekt treffen können. Hätte nach dem vielleicht auch flashen können, aber dann unter dem Turm. Über zwei hätte er da nicht so viel aussteigen können. Jetzt der Gang, also die Betäubung sitzt schon mal nicht. Und Betty... Oh, abgebrochen! Konnte nicht auf die andere Seite. Jetzt muss er flashen. Er hat sich da vorgestellt, wie bei dem Gragas. Stimmt, das funktioniert. Er dasht ja dagegen. Und kriegt ja natürlich ein Schild, was ja auch schön ist. Aber ich glaube, über die Wand kommen wir irgendwie ein bisschen lieber gewählt. Ja, definitiv. Habe ich gut gemacht. Das ist auch so die Standard-Gang-Methode, dass du halt die hohe Reichweite des W nutzt. Einfach das Ding da reinbolzt und im besten Fall nicht durch die Gegner so positioniert, dass es dir gut geht. Auch der Red-Buff-Stil ist natürlich eine Methode, die praktisch ist, denn man hat ja selber sein eigenes kleines bisschen vermisst. Und Erwix weiß bescheinlich. Erwix ist jetzt auch Level 3 erreicht. Hat keinen Pot mehr. Also so gangen zu gehen ist möglich, aber relativ riskant. Wobei Betsy eben keinen Flash-Match zur Verfügung hat. Und das sieht ganz danach aus, als ob er sich auch in Richtung Midlane begeben wird. Syrien wird ihnen da aber nicht allzu viel helfen können. Es ist nur mal ein Knochen. Ja, da kommt die Zone. Die Syrien muss aufpassen. Die Dime-Fox ist auch da. Er kam also nicht mal reingedasht. Ich glaube, das 1 gegen 1 kann sich auch Diamond gar nicht erlauben. Er sieht ihn zwar. Na, wobei, wobei. Kommt darauf an, ob der W trifft oder nicht, denke ich. Das stimmt. Also, Weckless- 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 Hat schon einiges an Trade-Potenzial, aber stimmt das so Echo natürlich auch. Wenn er drei Autotext oder drei Fähigkeiten durchbekommt. Na, das Witzige ist, er muss ja nur Q. Q macht er aber hin und zurück schon... Wobei der Q zurück wirklich leichter auszuweichen ist. Na, stimmt. Die Animation ist ja nicht gerade das schönste. Du musst halt mit deinem E und deine Mobilität verbinden, wenn du einfach so hin und her shiftest. Blue-Waffen dann abgegeben. Na, Mann. Diamond will nur mal... Oh, Diamond! Mann! Er wollte noch ein bisschen helfen. Nimm den Blue! Na, wobei, es kann auch sein, dass er ihn nehmen wollte, weil er einfach der W 3 ist. Da braucht aber Betsy nicht hingehen. Das stimmt. Betsy hat kein Mana mehr. Das stimmt. Ich denke, dass der Blue-Waff da auf jeden Fall an Betsy gehen sollte. Und sowas darf halt auf dem Niveau einfach nicht passieren, weil das Schwächen gibt es ungemein. Er hat Zeit investiert, Mana vor allem, was jetzt momentan Gold wert ist, und hat dafür nichts bekommen. Und deswegen Sören jetzt hier bereits knäckige 10 von vorn. Der ist ja schon behind. 22 zu 33, das ist ja unangenehm. Und du hast halt erwähnt. Der hat kein Wave-Deer, kein gar nichts jetzt. Die Soldaten müssen ja auch so ein kleines bisschen erhalten werden. Wo ist der Platz? Der bleibt einfach nach vorne. Oh, schade! Schön gemacht für Freeze. Beiden Seiten wirklich gute Platz. Ich muss bedenken, der Dash wird ja auch einfach abgebremst, wenn er hochgesessen hätte. Wobei das da manchmal auch komische Interaktionen hat. Also manchmal kommt man ein bisschen daher, manchmal nicht. Also es ist... Es kommt noch immer drauf an, wann er trifft, aber es wäre auf jeden Fall für Freeze unschön geworden. Reimann nutzt jetzt seinen Blue, um zu pushen. Ja. Ich würde hier Betsy einfach helfen, die Lane auszupuschen, damit er sich in die Bars begeben kann. Sören trotzdem einiges an Plumforn. Und Eriks macht hier das Gleiche. Nennt sich den Ken, wenn er gemein ist? Nein. Sören hat den Ken noch bekommen. Sieht nicht geil, Eriks, da. Schöner Schaden hier von Forgiven. Viel magischer dabei. Muss man bedenken. Auch die Kuh natürlich mit ihrer Kombo sehr stark. Youngbuck nun Flash los. Das heißt First Blood. Kennen wir irgendwo. Für Cabo Chart. Hat ihn da mitgenommen. Schöne Gang. Diesmal von Diamond hat sein Bürohaus genutzt. Und da kann halt Youngbuck nichts machen, außer halt super, 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 super weit hinten stehen. Und das ist ein Flammenwerfer ziemlich schwierig. Aber es zieht fast aber funktioniert. Wobei... Es zieht fast funktioniert. Ein Doppel-CC wirklich tödlich. Das ist ein Gragaswechsel. Oh, schöner Knock-Up Forgiven. Ah, keine Tower gehabt. Jetzt kommt Erwax. Kann keinen betäuben. Aber er wird ihn doch so mitnehmen. Mobilität ist garantiert. Und nun kümmert er sich um Gozu. Vielleicht kriegt er noch etwas... Nein. Allein das Geräusch sagt alles. Der Schaden ohne Fähigkeit ist schon gut verhalten. Ja. Das ist wirklich... Wenn dieses... Dieses... Doch recht stumpfe Schwert auf Metall trifft. Das ist ein Tod lang. Kann man nichts machen, muss er zurück. Aber trotzdem ist 1-2-1 erzielt. Und für Echo natürlich den Kill. Und es ist ein Tank-Echo. In der Tat? Wow. Hätte ich nicht gedacht. Gar nicht. Natürlich, die Grundschadenswerte sind gut. Und... Guck mal, wo es braucht, um es Handtank. Aber... Ich glaube, auf Tank zu spielen... Ist nicht die erste... Idee, die dir in den Sinn kommt, wenn man den Champion sieht. Aber ich habe das Gefühl, mittlerweile kann man alles auf Tank spielen. Das stimmt, ja. Da sehen wir schon, dass da... Der Gute vorbeiläuft. Aber Diamond hat wenig Leben. Also er sollte sie nicht mit Level 6 Rumble anlegen. Die ist auch raus. Und ich ging jetzt noch mit Gold. Dank der Tunnelzerstörung. Ja, irgendwann war ein Problem auf der Lane. Fast 20 Farben hier hinter Kabochats AP-Gargas. Der es wieder werden wird. Also Morell ist auf dem Weg. Hm. Wenn man noch nicht sieht, was ich davon halten soll. Es kann funktionieren. Ist aber super riskant, wenn man nach hinten fällt. Ja. Nun sieht man wieder Diamond auf dem Boden, würde ich gerade sagen. Auf der Bot Lane will das nächste... Nächsten Beschwörer-Zauber von Young Wacker provozieren. Hier natürlich jetzt einen Ebener los. Kann sich also eventuell in dem Turm nicht so hart wärmen. Aber er weiß diesmal Bescheid. Oder ahnt, was da passiert. Erich ist unterdessen natürlich dabei, die Raptoren zu stehlen. Wird ein bisschen dauern, weil du den portionellen Bonus kriegst halt nicht immer drauf. Später ist es nicht schlecht. Jetzt ist es noch sehr, sehr anstrengend. Diamond Fox ist aber schon wieder auf dem Weg zur Bot Lane. Young Wack jetzt aber mit Flash, also... Wenn jemand es gut timet, wird es knapp für Young Wack. Aber er macht das hier absolut richtig. Sofort. Weil sonst hätte er die Ult gesessen und der zweite Locker von Diamond Fox auch. Und das wäre gefährlich geworden. Macht das hier wirklich gut. Aber jetzt wieder fünf Minuten lang gefährdet. Also vier Minuten. Ich würde ihn jetzt holen. Ich halte nur wegen dem Leben. Oder er muss ihn sogar holten. Er wartet noch den Smythe. Da jetzt wieder die Sekunden zur Verfügung geht. Oh, Gewinn kommt noch weg mit der Valkyre. Freeze unterdessen hochgeworfen. Tele-Gang von Carbochart. Sie ist fast... Oh, bringt ja Unlimited ein bisschen durcheinander. Aber er hat noch die Ult, hat noch alles da. Redbuff wurde nun doch erfolgreich gemacht. Airwax. Ult. Ich bezweifle, dass er da genug Schaden für hat im Moment an. Wobei, der E-Kommt raus. Da kommt das Weg. Q hat ebenfalls gesessen. Muss sofort raus. Das war eine gute Entscheidung, als er Carbochart gesehen hat. Kann man sich sofort zurückziehen. Das ist ein bisschen, ja, hin und her, geflexert. Ist aber in Ordnung. Kann man machen. Free sehr offensiv. Hat aber auch genauso wie zurückbekommen, wie er angriffen hat. Wenn sie jetzt nicht zu viel gebracht. Hat auch kein Mana mehr zur Verfügung. Also sollen sich die nächsten Baseball geben. Vorgegen zwar vorne im Farm, im Vergleich zu Sons, ist dieser Wert. Lucien hat ein sehr gutes Matchup gegen Corby. Und er hat ein sehr angenehmes Matchup. Können jetzt auch drin. Und er geht jetzt hier mit dem Mana-Pot entgegen. Forgiven dabei zurück zu teleportieren. Hat jetzt hier die Stärke der Zweieinigkeit. Das bedeutet, Page und Shon Sheen. Also ist damit schon sehr stark. Frage. Es gibt Carbochart. Sehen du ab oder nicht? Eine schwierige Frage. Jetzt hier Gozu Pepper ein bisschen alleine. Unlimited erachtet nicht auf seinen Mana-Pool. Oh, was macht der denn? Oh, der stirbt! Ist zweimal hingegangen. Warum denn das? Unlimited er das komplett überschätzt. Ich meine... Also so spielst du ulten wegen dem Mana ist schon ärgerlich. Aber dann sich nochmal umzudrehen, um noch einen Tower-Chance mehr zu kassieren. Und damit zu sterben ist natürlich unangenehm. Betsy jetzt hier aber wird gestunnt. Oh, schön! Nein, der kam noch raus! Gute Reaktion. Es war kein Mana mehr. Und Betsy... Es war dann auch kein Mana. Ärgerlich. Aber gut gemacht hier von Betsy. Er hat noch Flash. Er hat noch Barrier. Gut eingeschätzt hier. Und vor allem, dass er den Stun gedutscht hat. Das war sehr wichtig. Also, er ist einfach rausgelaufen. Und Sturm fällt jetzt auf den Turm so gut er kann. All dieser Dahn und sieht ja die Reichweite, wie sicher er stehen kann. Wie sicher er den Push bremst. Forgiven the lesson vom Farmer, wie gewohnt, errichtet seine Brille während des Turmbeschießens. Klappt für ihn hier 1A. Und Bot lehnt schon wieder unter Druck. Youngback hat seinen Einen eben. Haut ihn gleich auf die Vasallen raus, damit er die Akku halt sehr, sehr früh kommt. Und Diamond. Kabocha tankt so, aber Diamond macht nicht genug Schaden. Jetzt hier beide gleich viel Leben verloren. Man muss vorsichtig sein. Eko ist gleich da. Was war das denn? Airwax ist nun zur Stelle. Kabocha hat schon viel Leben verloren. Es ist bloß nicht gierig, werden sie in die Youngbacken. Es ist nicht ins Fass laufen, ja. Kabocha hat genug Schaden bekommen. Eigentlich müsste er nur E machen. Und... Oh, er hat die die gecamptet. Schön gemacht, aber es bringt am Ende nicht. Das Fass liegt da. Er kann es nicht auslösen. Aber was Kabocha da gemacht hat, er hat sein E benutzt. Wollte E flashen. Hat aber den E auf einen Minion gemacht. Und dann einfach nur geflasht für nichts. Super ärgerlich. Wow. Also wie viele Fail-Gragas E-Flashes wir heute schon gesehen haben. Das ist halt wie gesagt der Patch mit der Änderung, ja. Den merkt man wirklich sehr, sehr stark. Aber es war auch einfach total effektiv. Finde ich gut, dass es jetzt ein bisschen schwierig geworden ist. Airwax hat immer dieses Tankbild. Das ist so witzig. Oh, da kommt jemand. Gräbt sich da unter ihn. Aber Airwax sehr tanky. Wagt sogar den Dive. Diesmal hat er die Ultimate zur Verfügung. Plopp. Volles Leben. Keine Tower-Agro. Tschüss. Schön gemacht. Ja, man verliert Tower-Agro. Auch ein weiterer Vorteil, den die Old mit sich bringt. Kannst ja auch Fähigkeiten Doge damit. Also kannst du ihn entgehen, Karpus-Wurt und so weiter. Hier natürlich die Möglichkeit, die Nautilus-Ulti zum Beispiel zu verhindern. Also so Pointing-Kick-Fähigkeiten. Andere gehen natürlich auch nicht wieder auf. Schön für ihn. Also der Jungle Echo macht sich gerade beliebt, weil 100% Kill-Beteiligung geht die Tanky-Variante und der Schaden, der klotzt auf dem rein. Wirklich jetzt auch gespannt, welchen Item-Beteiligung der geht. Er ist jetzt mal Merkurs. Hat sie wieder verkauft. Hast du gebetet. Jetzt sind die Winter-Tabi wieder verkaufen. Ah, okay. Geht Richtung Zündjuwel. Könnte das werden. Es wird etwas Defensives. Vielleicht das Locket oder so. Irgendetwas, was auf jeden Fall die Glutkulose schon mal unterstützt. Es wird auf jeden Fall Sinn machen gegen Gamble Team. Und vor allem noch mehr Cool-Domid-Duction. Tut ihm gut. Weil die Mana-Kosten sind moderat. Also er hat auch ohne Mana-Kosten wirklich Mana-Probleme. Das heißt, man kann damit der Cool-Domid-Duction schon ganz gut arbeiten. Diamond wohnt auf der Bot-Lane. Geht da schon wieder hin. Das ist nur eventuell erfolgreich. Er hat ja die Warrior-Variante, was dazu führt, dass man sehr, sehr, sehr viel Schaden macht. Und ich habe schon wieder etwas im Auge, was mir das Auge rausfrisst. Und das ist das Item-Bild von Karbochard. Er geht. Die EP-Variante. Die EP-Gaga steht bei uns immer so hart in der Kritik. Schön gemacht. Und er ködert da den Diamond raus. Er hat gelernt. Vor zwei Seasons wäre er jetzt 0-3. Ja. Also Dyrus. Diese Konsequenz sollte man viel zu nützlich bringen. Schaden, ja. Nur mit dem Needless Lee. Aber worauf ich hinaus will, das ist der EP-Gaga. Und er ist... Er macht natürlich mehr Schaden als die Tank-Variante. Aber der Mehrschaden ist halt minimalistisch. Es ist halt sehr, sehr gering. Weil natürlich der etwas fettere Gragas wesentlich länger durchschätzt. Schöner Insek hier gegen Soren. Er hat noch Flash zur Verfügung. Kommt aber nicht über die eigene... Ja, das war's. Jetzt kommt noch Echo im besten Fall dazu. Das war's. Oh, der Stunz. Batsi wurde ja festgehalten. Er hat's vor allem noch geburriert. Batsi hat noch Barrier benutzt. Und Airwigs kam durch. Ärgerlich. Vom Schaden her. Das hat schon mal auf jeden Fall gut funktioniert. Ludens Echo nun durch. Den Assist für Soren fertig. Aber worauf ich hinaus will, ist... Ein Gragas Full-Tank macht halt fast genauso wie Schaden. Es ist nicht viel weniger. Und du schaffst drei, vier Rotationen einen Kampf. Es ist eben der Unterschied zwischen AP und Tank Gragas. Mit AP Gragas kannst du, wenn du alles triffst, One-Shotten. Mit Tank Gragas nicht. Aber wenn man diesen One-Shot nicht setzt, dann ist AP Gragas nutzlos. Es kommt eh darauf an, ob du die Ultimate triffst. Ja. Und viel schlimmer ist es, wenn der AP Gragas die Ultimate triffst. Weil du dann natürlich auf massiven Schaden verzichtest. Ich bin wieder Airwigs dabei. Oh, Go-Shoe-Pepa hat sich betäuben lassen. Airwigs zieht sich zurück. Sein altes ist natürlich in keiner schönen Position, um es zu reaktivieren. Ja, wobei, seine Botlane wäre da gewesen. Er traut sich nicht. Airwigs kriegt ja ganz schön viel Leben wieder. Man muss ja wirklich wunderbar hochheilen. Naja, hat funktioniert. Kommen, Argus, also immer noch vom Momentum her vorne. Die fühlen sich wirklich sehr, sehr stark. Airwigs macht eine brillante Leistung her. Und, ja, Botlane, Youngbug, hat wie bereits erwähnt aus der Situation gelernt. Er ist vom Farmer im Rückstand, hat aber eigentlich viel mehr. Und, wie gesagt, er will einfach noch durchhalten. Gegen Gragas ist es selber auch nicht schön auf der Land. Gerade, weil er die Full-AP-Variante ausnutzen kann, weil er nur ein 1 gegen 1 ist. Airwigs nun dabei mit dem Schild. Er kann natürlich einiges an Schaden damit abfangen. Gerade, wenn er brennt. Oh, ah, Soren. Hat hier Betsy unterdessen natürlich auch nicht vollgespuckt. Darum Farm-Found, also macht er wirklich einen guten Job auf der Lane. Musste sich zwar meist gegen 1 geschlagen geben, aber hat dafür den Killern seinen Jungler abgegeben. Der hier mit 2-0-2 wirklich gut dabei ist und 100% Kill-Participation. Bisher sehr, sehr effektiv. Und Diamondbox hat sich bisher nur um die Bottling gekümmert und trotzdem nicht wirklich viel machen können. Also der Form-Abstand ist nicht schlecht. Das ist wirklich nicht wenig. Das macht sich dann auch bemerkbar, wenn du fast 30 mehr hast. Aber es ist halt, und das ist das, was ich persönlich einfach kritisieren muss, es ist die EP-Variante von Gragas. Und sie ist super riskant. So, ich habe jetzt schon die Schuhe geupgradet mit Homeguard. Oder ist das überhaupt Homeguard? Das ist ein Tele-Gang. Gragas. Ich kann das immer nicht schlecht einschießen. Als du das siehst, finde ich interessant. Die Augen eines 27-Jährigen. Die sind gestochen scharf. Du bist doch näher am Bildschirm. Oh ja. Locker 20 Zentimeter. Locker 20 Zentimeter, Junge. Easy peasy. Naja, Youngback mit dem Flammenwerfer. Leicht überhitzt, aber kommt er trotzdem noch gut klar. An den Unvergiven kommt er nicht dran. Der sein Farmspiel vor uns als erstwitzigerweise hinter Fritz. Also Fritz hat seine Lähendominanz gezeigt. Vom Item-Bild her ist er natürlich jetzt mit dem Trinity erstmal überlegen. Gerade wenn die Phosphor-Bomben sitzen. Jetzt hier der Gang gegen Kauzan. Da sieht man das. Hält der viel aus? Nein. Macht die Ultimatrie-Schaden? Ja, kommt ja anscheinend noch weg. Dank des Bauchraums. Natürlich mobile ohne Ende. Und Freeze will jetzt da auch nicht so gut committen, weil er seinen eigenen Flasher brauchen würde. Aber man sieht, er hält. Er kriegt halt richtig ins Gesicht. Und das ist so das Problem an der T-Gee-Ware. Äh, nicht T-Gee-Ware. Sondern in den EP-Gagas. Aber vielleicht belehrt er uns eines Besseren. Ich werde gerne, gerne... Ja. Diesen Aspekt. Eines Besseren belehrt. Unterdessen Richtung Botlane Teleport kommt auch auf die Botlane. Jetzt warten wir noch auf die Kamera. Youngbug auch. Also der Kameramann war gerade auf Toilette. Oh, der ist aber schnell, der Gagas. Dank des Home-Guards Betsy schon viel Schaden kassiert. Einhebender sitzt. Der muss da raus. Und Airwax, der ist in der Nähe. Kann er... Kann er was machen? Ja, wurde vor der Wart natürlich sehr schnell gesehen. Unterdessen macht aber Gambit alles richtig, was die Toplane angeht. Also sie pushen hier so gut sie können. Ich kann das hier noch ein bisschen tanken. Und da ist noch lange keiner da. Youngbug wird noch eine Ewigkeit brauchen. Man kriegt eventuell die Mitte. Aber für den zweiten Top-Turm wäre das eine Katastrophe. Ja, man sichert sich auch den ersten Drachen jetzt in der 19. Minute. Das ist wirklich sehr, sehr spät. Für den zweiten Turm ist das kein guter Tausch. Natürlich sichert man sich dafür den Vorbild in der Midlane. Aber vor Wiven hat das hier wirklich ganz gut gemacht mit seinem Supporter Gozu hier. Hier ist es einfach durchgezogen. Jetzt wird Kabo-Chart hier drauf gehen. Das fällt, will er da lieber nicht reingehen. Zack, kann ihn... Der Auto-Attack wird natürlich hart gecancelt, mehr oder weniger. Aber Kabo-Chart kann nichts machen. Trinkt sich hier so ein kleines bisschen, gibt sich Mühe und wollte noch an Limit töten. Er hat noch geflasht. Aber man sieht ja, dass der Schaden da nicht ausgereicht hat. So, rennt! Der wird sich verbissen. Einmal spucken, aber er kommt nicht ran. Oh, wie ausgeglichen dieses Matchup wirklich ist. Unglaublich. Das war ganz schön knapp. Man muss bedenken, Betsy hat Barrier verwendet und Soren hätte noch flashen können für irgendwas. Irgendein Spell. Flash, Auto-Attack. Der Auto-Attack ist bei E.P. Pockma nicht so nice, aber... Wenn er sich mit Spänen holt, dann schon. Boah, der Wehen bluten ist eigentlich nicht, oder? Alles Pockma. Auto-Attack ist Pockma nicht. Also bei E.P. Pockma schon. Bei Pockma? Bei Pockma, Pockma nicht. Das wäre dann vielleicht sogar der Klinge-Winne-Flash. Also es ist ja magischer Schaden, aber... Das ist Tiddy als Spell. Das ist kein Offensiersfall, ja. Naja, 5 zu 3. Gold komplett gleich. Einfach wirklich kein Unterschied. Aber bezogen auf das Terrain hat natürlich Gambit, wie gesagt, die Top-Lin schon richtig schön freigelegt. Was für Pockma und Wurfs würde später ein Problem bedeuten können. Könnte. Den Cabo-Chart, der würde jetzt hier die Lane freezen oder halt pushen. Je nachdem, wie er will, weil sein Turm ist gar nicht so weit weg. Gambit entscheidet sich für die Blade-Variante. Gegen ein eigentlich relativ tankloses Line-Up von Pockma und Wurfs. Airwax hat sich jetzt für die Geistes nicht entschieden. Hat zwar keins... Ja, warte mal. Erstmal ist er Airwax ein Tank. Ja, natürlich Airwax ein Tank, aber trotzdem. Das ist im Vergleich zu Standard-Line-Ups relativ squishy. Oh, jetzt wagt man den Re-Engage auf Airwax. Aber der hält sehr, sehr viel aus. Hier hat nochmal die Betäubung fast gesessen. Er hat aber auf jeden Fall den Schild bekommen. Und der lebt immer noch. Ultet jetzt. Kommt aber nicht allzu weit weg. Unlimited. Kann natürlich ebenfalls sehr viel Stand halten. Denn die Rakete ging daneben. Aber Trinity und natürlich ein Crit. Das genügt. Hat er den Kill bekommen. Richtig für Vergiven. Steht jetzt 1-1. Sie hat den ersten Kill des Spiels bekommen. Und die Botlin zu halten wird schwierig. Airwax Mana los. Carbo-Chart zwei Stelle. Ob, da kommt das Fass. Aber die Leute sind jetzt sicher. Da ist natürlich die Mobilität. Sehr gut, aber Gambit, die kriegen halt die Tower. Das ist halt sehr gut. Es ist auch keine Möglichkeit, mit der Ult irgendwas anzurichten. Dafür aber Youngmark fleißig auf der Toplane. Sichert sich auf diesen T1-Turm. Und Gambit hat zwar einen Turm-Vorteil, aber dafür steht eben der T1 in der Mitte noch. Ja, aber alle abzureißen. Das ist halt... Der T1-Turm hält ja ohnehin nicht lange durch. Gerade wenn du die Jungle-Kontrolle ohnehin verlierst. Wegen Sport- und Top-Verlust. Das stimmt. Man sieht es ja hier. Das ist der erste Hinweis auf den Jungle-Verlust. Du hast einfach keine Möglichkeit, da den Red Barber zu nehmen. Das macht Diamond-Proc sehr gut. Und... Oha. Versoren. Die Dance-Mechanics sind aktiviert. Und Gambit macht das wirklich sehr stark. Aber wir haben Teams gesehen, die es geschafft haben, früh Türme zu bekommen und dann nicht mehr wussten, was zu tun ist. Das darf hier nicht passieren. Das ist Gambit auch des Öfteren schon passiert. Also es ist wirklich ganz gut im Spiel. Das Vergeben hat jetzt schon sein Blade fertig, wenn Friesen noch in Richtung Dreamless geht. Und die Zauberer-Schuhe komplett auf Korki, die wir ja normalerweise sehr, sehr gut sehen. Ich denke, man wird hier noch warten, bis Kabuchat seinen Höllenzentrum fertig hat und Fetzi sein Blut ist. Und dann wird man zum Angriff übergehen. Aber das könnte noch eine ganze Weile dauern. Ja, das ist wirklich noch ein kerniger Abstand. Eriks zeigt sich wieder. Hat jetzt hier auch, wie gesagt, die Abklingzeit-Variante mit der Geistersicht. Also nicht teamorientiert, sondern nur auf sie selbst bezogen. Ist aber okay, weil Gambit viel magischen Schaden hat. Auch Korki seine Raketen müssen wir da in Zählung nehmen. Kann natürlich damit mit dem Gromp auch sehr, sehr guten Schaden. Darf man auch nicht unterschätzen. Ich frage mich, ob er in irgendeiner Weise offensiv geht. Also wenn wir Jungler sehen, die zum Beispiel in den Warrior-Bauern danach hängen gehen, das ist das eine. Aber wird er noch etwas akzeptives dazwischenpacken? Etwas mit Überstrichung. Vielleicht die Maske oder was? Irgendwas, was seinen hohen Grundschaden nochmal erhöht. Oder man macht das so wie Chogard geht auf 1-2-Damage-Items und dann auf Tank. Naja, er hat ja schon 2-2-Tank-Items. Ah, Airwakes, der ist ja schon wirklich kraft. Der braucht nur Armor. Irgendwann macht das hier wirklich gut, wenn ich jetzt hier den nächsten Basen. Oh, das ist wirklich richtig. Jetzt hier hat er auch schon viel Leben verloren. Und wir haben halt schon Kogmar-Spieler gesehen, die halt das Spiel dann alleine carryen. Wenn sie Level 16 erreichen, dann bin natürlich die Ultimate auf der letzten Stufe. Und der Schaden ist halt wirklich... Hier sieht man es halt. Aber noch der Wave. Du kommst gegen den Kogmar, nicht gegen den Turm an. Du kannst es einfach nicht pushen. Solange du den Kogmar nicht entweder in die Base zinkst oder tötest, ist der Turm sicher. Das ist ja auch der Punkt. Alle Türme sind zerstört, bis auf den den Sorin verteidigt. Ja. Weil der hält und hält und hält und hält. Er hat jetzt auch wieder seine Warming des Seraphens. Also man sieht es halt einmal ludend mit natürlich seiner Brudesspucke hier. Das Problem ist auch, dass Kogmar im Late Game brutal abfallen wird. Weil er würde im Late Game nicht mehr in der Lage sein, irgendjemanden zu One-Shotten. Er füllt keine richtige Rolle. Er ist weder Full-Tank noch One-Shot-Monster. Betsy ja im Vergleich wird sehr, sehr viel konstanten Schaden ranbringen. Das ist halt die Aufgabe von einem Asier, der natürlich später auch ein Tank-Schredder wird. Weil es einfach so viele. Es sind so viele Autotags in so großer Masse. Wenn du das Terrain gut kontrollierst, ist es halt over. Absolut. Kogmar hat jetzt trotzdem hier an der Top-Lane am Werkeln. Es ist aber einiges an Schaden hier, was er am Turm durchbekommt. Yangmock hat Teleport. Ich kann ihn aber bisher zu ignorieren. Muss ich jetzt in die Basis teleportieren. Wir sind Teleport dafür nicht genutzt. Und nun der erste Mitte-Turm endlich zerstört worden. Ich weiß nicht, wie viele Schaden der Top-Lane-Turm kassiert hat. Das war wahrscheinlich einiges. Das ist doch der Mitte-Lane-Turm in Gefahr. Aber sie sollen jetzt zerstört. Zack, nun muss ich weg. Airwakes, schon nochmal zurück. Auch ein bisschen Schaden abbekommen. Aber die Kamera ist noch nicht dort. Aber ich glaube, es ist einiges, was da angerichtet werden konnte. Das muss man auch bedenken. Na ja, Key-Werte werden zu 40% aufgerechnet. Wenn man die Gebäude angreift. Airwakes, den interessiert ja gar nichts. Boah, Tanki. Ja, macht Zeit im Bild. Das ist locker möglich. Ich bin da vor allem mal gespannt, wie viel Schaden Airwakes Ult dann da mit hängt. Ich denke fast, dass er sie hauptsächlich als Disengage benutzt wird. Weil wenn du mehr Leben hast, stellst du ja auch mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr Leben durch die Ult her. Weil du ja mehr Schaden kassierst. Oh, Youngbug. Trotzdem hochgeworfen. Aber der hält einiges aus. Der kommt da ganz gut weg. Trotzdem Flashlosigkeit. Und das Spiel ist halt sehr, sehr langsam. Gambit-Spieler sind einfach taktisch runter, um keine Lust zu kämpfen. Nehmen sich die Buffs aus. Beziehungsweise Diamond nimmt die sich. Und kommt hier raus. Jetzt kommt ein ziemlich schneller Rumble. Ein... Oh, das war wirklich gut gemacht. Aber er kann doch nicht rüberflaschen oder so. Jetzt ist Kabutscha wieder auf der Top-Lane. Und er hat keinen Teleport-Win zur Verfügung. Er muss sich jetzt hier in die Basis teleportieren. Und ja, der Turm wird wahrscheinlich überfallen. Wow, das war auf jeden Fall ein Manöver, was man leicht guckisch bezeichnen kann. Gambit macht das jetzt richtig. Versucht, sie so lange wie es geht aufzuhalten. Niedermähen. Konnte den nicht abreißen. Und der Turm fällt. Wow, das war viel zu simpel. Gragas Ultimate entschärft die Situation. Youngbug kann doch nicht durch das Fasch laufen. Teleport für nichts verwendet. Damit Kabutscha die Möglichkeit gegeben, einfach den Top-Lane-Turm einzureißen. Aber Airwakes on der Hand. Aber gegen Gragas kannst du vergessen. Wow. Bis wenn er ihn stundenlang noch jagen würde. So Gambit sehr, sehr passiv. Und Kopenhagen-Wurfs einfach nur fahrlässig momentan. Das ist ein sehr seltsames Spiel. Ja. Gambit spielt so fast schon im alten SK-Style runter. Machen ein Form nach dem anderen. Sehr simpel, sehr straffrei. Und Kopenhagen-Wurfs halt weder hier noch da. Also Airwakes hat eine super Vorarbeit geleistet. Das war sehr aggressiv. Geht jetzt anscheinend auch auf Omen oder gefrorenes Herz. Wir wissen es noch nicht. Aber man kann sich noch nicht am Team, also richtig an den Schlachten beteiligen. Sie haben eine Komposition, die im Blick gibt. Wie gesagt, brutal stark ist das da, was hier die ganze Zeit rumspuckt. Das ist übel gut, aber du musst halt in irgendeiner Form der Aggressor sein. Und du musst mal Jambok sagen, hier verteidigen wir bitte die Base. Weil du siehst ja, Kabo-Chart ist schon wieder Bot, teleportiert sich jetzt hoch. Jambok ganz allein, der ist halt Ultra-Tot. Die Frage ist eher, wer kriegt den Kill? Ich glaube, man gibt den Plopp an Kabo-Chart ab. Gibt ihn da mit dem Fass auseinander. Und wieder Konsequenz frei. Sie kriegen den Kill. Gehen jetzt hier zum Baron eventuell. Aber Jambok hat noch den Einlebner. Wenn er zurückkommt, könnte er sich ja gut daran beteiligen. Die Ultimate hat er jetzt gespart. Ich glaube nicht, dass Jambok hier noch überhaupt rechtzeitig da sind. Wir sind 25 Sekunden, er ist wieder da und hat kein Teleport. Ja, aber Airwax ist hier zur Stelle. Er kommt dann mit dem Unlimited Flash sehr, sehr früh rein. Diamond wurde da betäubt. Kriegt von Baron ein bisschen Schaden. Airwax muss da Ult, muss sich zurückbegeben. Also hier kommt er schon einen abholen. Unlimited sehr, sehr tanky. Aber das relativiert sich mit seinem Tod. 2 zu 1 getauscht. Freeze kommt da dazu. Das Ding macht natürlich brutalen Schaden. Gerade wenn er noch halbe AP hat. Airwax muss da mit dem Schild arbeiten. Versucht ihn zu out-sneaken. Aber oh, die Beschleunigung natürlich durch den dritten Proc. Ist ja extrem. Ärgerlich, dass die Rakete von Vergibner nicht getroffen hat. Trotzdem 2 für 1 getradet. Aber Koppmann-Mobius war in der Lage, den Baron zu stoppen. Und das war hier ihr Ziel. Trotzdem Gambit wieder mit Vorteil. Nun inzwischen über 4000 Gold Thorn. Vor allem mit Vergibner. Und der ist natürlich dann sein altes Muster verfallen. Fast 300 Farben. Freeze kann nahe nicht mehr mitteilen. No young bug. Was ist da los? Der 334er Crit. Reißt ihn auseinander. Er will natürlich für sich sorgen. Aber warum für sich sorgen wollen, wenn Soren über 100 Kilometer spucken kann und in der Nähe war? Das ist ärgerlich. Hier sehen wir nochmal die Situation. Also die Eröffnung war gar nicht so schlecht, weil Limiter war kein Foll-Up. Also ich meine 0. Airwaves hat im Team einfach nichts gemacht. Er hat die ganze Zeit Baron-Argur gehabt und hat einfach nur ein bisschen Schaden an Diamond Fox gemacht. Sonst war er hier nicht wirklich von Nutzen. Aber auch Diamond Fox hat einfach nur getankt. Am Ende Kaputsch hat hier. Das zeigt uns, warum AP-Grass nützlich sein kann, wenn man denn auf die Carries kommt. Zack. Baron genommen. Den konnte man nicht verhindern. Keiner Spucke der Welt. Es ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil. Oh, du armer Echo. Konnte nicht mal die Ult aktivieren. Er hat 100% Kill-Participation, aber das hilft ihm hier wirklich gar nicht. Sein Team war nicht in der Lage, uns an den Push von Gamut zu stoppen. 3 zu 7 Türmen. 7.000 Gold-Unterschied jetzt dazwischen schon und das sieht nicht mehr gut aus für Koppel-Argurs. Es könnte der Erste sich begann mit werden. Spannend. Steht ja auch 0.4. Kein schönes Ergebnis ist. Sehr, sehr einseitig. Ich glaube, in Koppel-Argur steht ja auch 1.3. Würden dann beide 1.4 mehr oder weniger stehen. In dem Sinne sich gegenseitig ausgleichen. Nachziehen, können wir fast schon sagen. Aber es ist halt noch nichts verloren. Baron ist nicht mehr das Wahre. Man kann mit ihnen auf jeden Fall sein oder andere Gebäude verlichten, aber das Spiel noch nicht so schnell beenden. Die Rotation zur Top-Lane wäre natürlich das Ratsamste, denn da steht kein Tor mehr. Man kann wirklich dann einfach den Nibitor holen. Also einfach in Anführungszeichen. Denn je länger man Koppel-Argurs spielen lässt und sie kennt sich mit absoluten Late-Game-Spielen aus, dann wird es gefährlich. Soren wird nicht schwächer. Weil ich immer noch nicht überzeugt bin von dem Airwax-Pick. Er ist tanky natürlich, aber im Teamfight sehe ich seinen Nutzen einfach nicht. Er macht prozentualen Schaden. Also der Grundwert ist da hoch. Aber du musst natürlich auch die Rolle des Aggressors, des Bedrohers erfüllen. Du musst halt Forgiven oder Betsy hier in dem Fall klein halten. Und es fällt ihm aktuell schwer, denn das W richtig zu landen ist gar nicht so einfach. Das ist zwar eine hohe Reichweite, aber es ist sehr, 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 sehr statisch. Im Gegensatz zu dem gesamten Champion-Design an sich. Er ist halt unglaublich mobil, was wieder cool ist, weil er kann das Statusfeld einsetzen, aber gehen wir das nicht dumm. Sie gehen nicht auf das Terrain, wo Echo sich wohlfühlt. Weil es im Teamfight schon nicht so einfach ist, dann auf alles zu achten. Auf seine Uld, auf sein W, auf seinen Kohl, etc. Also das kann dann schon mal passieren. Und auch ganz schnell ins Auge gehen für Germit. Aber Montan macht es ja so viel Spaß. Und Eric ist zwar der Tank, aber kassiert trotzdem ordentlich von Betsy. Ja, das ist schon eine gute Schadenswerte. Wie gesagt, du, denn so ein Rabadon, das ist schon der absolute Horror. Auf 400 AP. Haben wir jetzt auch den ersten Drachen, also noch mehr AP sowieso. Für Carbo-Chart hier. Ist auch mit dem Stundenlast dabei. Also er hat jetzt wirklich sehr, sehr viel magischen Schaden. Und noch kein Lockert, kein Kommando-Banner bei Kopenhagen-Wurfs. Sie kassieren halt fast den vollen Schaden. Das Ding hat das hier auf dem Schirm. Wenn wir die Items anschauen, sieht das Ganze noch aus. Vor allem, wenn wir die Items von Youngbuck mit den von Carbo-Chart vergleichen. Dann sieht man hier wirklich sehr, sehr arm aus. Also sehr, sehr arm. 70 Farmen hinten. Anderthalb Items. Oder zwei halbe und ein ganzes im Vergleich zu drei ganzen und noch ne halben. Das ist schon unschön. Aber wir sprechen jetzt mal an. AP Gragas kann super gut sein, wenn er in die Backlane kommt. Oder komplett nutzlos. Darauf kommt es hier an. Jo. Jetzt hier die Rotation nach oben. Zumindest ganz leicht schon mal. Zwei Leute sind vor Ort. Sie sind überall so auf der Karte verteilt. Aber es ist natürlich attraktiv, wenn ein Inhip freiliegt. Und man den eventuell stören könnte. Wir versuchen jetzt aber eher die Variante einfach überall zu sein. Der zieht natürlich für den Vorteil des Asiaturms. Der beschützt ihn alleine. Und natürlich die schiere Anzahl an Soldaten auf diesem Level. Also auch die Ulti-Soldaten. Die begrenzen da die ganze Lane ab. Währenddessen. Wexai mit der Ulti-Richtung Botlane. Also man will sich jetzt hier wieder als eine gruppieren. Immer noch drei zu sieben Türmen. Der Gold-Verteil schrumpft nicht. Fühlt sich an, als ob Gambit nicht weiß, was sie tun soll. Natürlich, man hat alle T2-Türme. Die Inhibitor-Türme gegen Korkma zu pushen ist, wie schon erwähnt, super schwer. Man muss da schon fast in den Dive-Wagen. Und da fehlt dann mit einem AP-Gragas irgendwo die Tankiness. Kameraleuten ist schon richtig langweilig. Macht denn der Echo da? Naja. Rabadon ist nun fertig. Und Soritz. Ja, kann jetzt auf jeden Fall noch besser verteidigen. Aber Gambit ist, gefühlt, wie ein Solo-Küse. Sie verteilen sich einfach über die Karte, aber ohne großartig Objekte zu forcieren oder sich halt größer zu sammeln. Vielleicht noch der Respekt einfach für der Kampfstärke von Korkma aus im direkten 5 gegen 5. Aber du wirst auch so große Probleme haben, hier massiv zu pushen, denke ich. Aktuell. Garen Fox gibt da sein Bestes natürlich auf der Botlane zu pushen. Aber du erwähnst es, das Spiel ist super langsam, weil Gambit einfach nicht weiß, was sie machen sollen. Sie haben den Vorteil, den drückenden Vorteil mit fast 9.000. Aber Siren ist hier momentan wirklich in der Lage, alle ihre Versuchungen zu vereiteln. Drei Items vollend auf Siren, die 4, 5 von den AP nun auch überschritten. Und damit kannst du jede Wave klären. Sei es eine Baron Wave, sei es eine Super-Minion Wave, die ja momentan noch nicht da ist. Aber vielleicht wäre es für Gambit eine Möglichkeit, Richtung Toplane zu gehen. Denn da, dürfen wir nicht vergessen, ist der Inuitor bereits offengelegt. Ja, Cabochat ist dann jetzt wieder dort. Hat auch mittlerweile super hohe EP-Werder. Also kommt bald an einen sehr, sehr mächtigen Gragas ran, was den Schaden angeht. Jetzt ist unterschätzen tödlich. 467. Äh, 76. 77 in dem Levelaufstieg. Sehr unschön. Keiner traut sich. Youngback ist ja schon etliche Male jetzt gestorben, an dem er entschieden hat, auszugehen. Er hat sich doch Flash, er könnte es also machen. Aber warum einfach nicht Gambit reindrücken lassen? Weil, komm mal, wir sind ganz genau okay, wir sind hinten. Lass uns einfach so, so lang fahren, bis dieser 10.000 Goldabstand sich relativiert. Aber dafür würde ich es auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Wenn wir auf die Items schauen, gerade auf den AD-Carries, ist hier vor dem Moment ein ganzes Item vorne. Genauso wie Cabochat, also. Wenn das der Plan von den Mulv's ist, dann schauen wir uns hier wahrscheinlich noch 20, 30 Minuten Nico Flashs an. Hm. Welcome to the Chess-Competition. Aber das ist eben das, warum Kogner so unglaublich stark ist und warum er auch in letzter Zeit immer häufiger gebannt wird. Weil er kann deinen kompletten Plan zerstören, indem er einfach nur die verdammten Minions wegpusht. Und du kannst nichts dagegen machen, du kannst den Minions ja nicht sagen, ja, sterbt mal nicht. Doch. Außer das Kommando-Banner. Das wäre vielleicht sogar die Antwort. Ja, Kommando-Banner-Barren-Push. Das wäre wirklich die Antwort von mir am besten. Weil man kann das Ding wirklich in dieser Komposition gar nicht vernichten. Jetzt nur der Blue-Buff gemobst. Das hat Diamond gut gemacht. Wenn man den Barren jetzt bekommt und dann Kommando-Banner hätten. Also wir haben ja zweimal Locked. Warum nicht einmal Locked und einmal Kommando-Banner? Der Buff ist das gleiche. Oder derselbe, kann ich noch was sagen. Und... Identisch könnte man auch sagen. Ja, oder ähnlich. Oder gleichend. Ja, oder ganz nah beieinander. Oder fast nicht unterschiedlich. Nicht unterschiedlich. Eudig, würde ich sagen. Das haben wir gestern gesehen. Das war super unterhaltsam. Du hast die Barren-Vasalen, die schon sehr, sehr groß sind. Das heißt, die Kanonen-Vasalen haben eine epische Reichweite. Du machst das Kanonen-Minien riesengroß. Das macht 300, 400 Schaden am Turm und ploppt den weg. Und ein Kogmar, der kann da nichts machen. Die ganze Komposition kann dagegen nichts machen. Nur eine Jinx mit ihren Raketen oder Korken. Ja, Lucian und Ulf. Aber das stellt man sich davor. Ich glaube nicht, dass Diamond jetzt so ein großes Problem hat, sich da davor zu stellen. Bisschen wenigstens. Seltsam. Nächster Wibborn ist jetzt auch da. Also da wäre jetzt die Möglichkeit gegeben für Gambit, sich das nächste Objekt zu sichern. Wenn es um Drachen geht, müssen sie da noch einige Minuten warten. Denn sie haben erst einen. Nach 37 Minuten ist das kein guter Wert. Obwohl man so weit vorne ist. Ja, also das Drachengefüge, dass wir das Spiel hier nicht beenden. Naja. Wahrscheinlich, ne? Es steht in 2. Wahrscheinlich ist da das richtige Wort, ja. Aber der Baron wird nun angegangen, so wie es aussieht. Nur von Forgiven und Go to Pepper. Aber sie haben die Items dafür. Vision ist doch nicht vorhanden von der Baron. Der hat schon ganz viel, jetzt so viel Schaden erhalten wie der Baron. Nun ist Forgiven dran zu kassieren. Das wäre natürlich super lustig, wenn Soren hingeht und immer kurz hinspuckt. Aber sie machen es zu zweit. Ah, die Bordlane vereint. Baron nun geholt und jetzt ab in die Base. Lockett verkaufen. Oder vielleicht das Kommando-Banner noch zusätzlich holen. Das kann man auch machen. War das nicht sogar aus Zündjubil? Ja. Na, siehste. Vielleicht ist das hier der Plan von Guten Pepper. Doppelt Held besser. Ne, es ist auch aus anderen Worten. Du holst quasi Ägide und du holst AP. So, na gut. Da ist der Kanonen-Vasal. Wie lange wird er da stehen? Wo bleibt Soren? Er kommt aus der Mitte gerannt. Mit dem verteilten Baron-Buff ist man nur in der Lage, wirklich hier wunderbar vorzugehen. Und Kogmar und Wolfs muss jetzt überlegen, wie sie einen Kampf eröffnen wollen. Unlimited hat? Nee. Könnte jemand pulverisieren? Ah, Soren jetzt dabei hier die Botlin eher zahlen. Denn das sind die drei. Erichs jetzt auch da die Betäubung reingedonnert. Aber ein Drittel des Lebens verloren. Das passiert jetzt gegen einen Late-Game-Kogmar. Da muss man vorsichtig sein. Auch Betsy mittlerweile. Oh, die Schmerzen. Da muss man mit dem Swag-Roof selbst raus. Niederwählen. Ja, und man sieht es. Kogmar kann alleine die Basis verteidigen. Unglaublich. Todlach. Gammet ist ja momentan am verzweifeln. Aber das Problem ist, wenn Gammet sich einfach dagegen entscheidet zu pushen, dann hat Kogmar keine Möglichkeit außer 20 Minuten weiterzufahren, bis sie Volleidung haben. Wobei der Turm kriegt schon immer ein bisschen Schaden. Die Minions machen schon damage, aber das ausreicht. Gucken wir mal, wird es ausreichen. One day! Ja, Diamond Pool steht hier jedenfalls noch die Mitte. Wagt die Rotation nach unten. Cabo-Chart mit dem Bauch haben wir schon davonbegeben. Und ja, das ist halt wirklich ein Schach-Duell. Die einen wissen ganz genau, wir müssen verteidigen. Die anderen wissen nicht, wie knacken wir jetzt das Ding. Wie knacken wir die Dose? Du kannst es nicht knacken. Wenn Gammet keine Fehler macht, dann sehe ich nicht, wie Gammet hier diese Base einreißen kann. Sie müssen sich weiterhin durch den Top-Inhibitor bewegen, aber das ist momentan nicht ihr Plan anscheinend. Da ist ein Wards, vielleicht ein T-D-Gang von Cabo-Chart. Aber der Turm ist auch gefertigt, glaube ich, durch die Minions alleine. Na, der heilt sich ja auch. Auch wenn nur langsam. Sehr, sehr langsam. Wir wissen ja, Cabo-Chart ist das Split-Push-Monster. Jetzt auch schon 600 AP sollten das knapp sein, was er da im Gepäck hat. Wenn wir Youngback anschauen, der würde wahrscheinlich am liebsten noch 30 Minuten weiter farmen für sein Item-Bild. Aber ich glaube, Bot-In wird jetzt der Form fallen. Mit den Asien-Soldaten geht das sehr, sehr gut. Also Gammet hat das zumindest geschafft, aber der Top-Inhibitor war ja auch frei und steht immer noch. So Gammet geht auch ganz schön nah ran, muss jetzt hier weg, wurde beinahe niedergemäht. Durch Edward bzw. Gozu-Pepper da schon bedroht. Jetzt ist die Betäubung auf Diamond zumindest da. Cabo-Chart versucht die Situation ein bisschen zu entschärfen. Airwax mitten im einen Ebene und bemüht natürlich hier, den Schaden auszunutzen. Aber die Leute platzen jetzt links und rechts weg. Gambit Gaming nun in der Lage hier auf richtig die Schaden anzurichten. Unlimited kriegt da den Knock-Up nicht ganz hin. Youngback, sein Schaden war doch nicht hoch genug. Unterdessen verkehrt wir dabei, den Inips zu zerstören. Also Gambit spielen es sehr, sehr sanft runter. Haben jetzt zwei Inips, zwei äußere Inips vernichtet. Und das wird jetzt sehr schwierig, sehr, sehr schwierig zu verteidigen. Aber die Sache ist, selbst mit drei Nimitollen, man muss trotzdem die Nexus-Türme diven, um gegen den Push von Sören klarzukommen. Und das muss man bald tun, denn mit jeder Minute wird kommt man nur jetzt stärker. Full-Item-Bild ist auf fast jedem von Gambit nun der Fall. Und mit jeder Minute, die man jetzt hier wartet, das Spiel zu beenden wird, kommt man nur stärker und stärker werden. Und irgendwann wird es nicht mehr reichen, um zwei Türme zu tordeifen. Ja. Aber das müssen sie doch nicht. Also sie müssen jetzt wirklich eigentlich nur die Mitte besetzen. Und die Vasallen müssten eigentlich ihr Übriges tun. Es dauert ein bisschen, eh sie reingepusht haben. Vielleicht sehen wir noch einen Drake von Gambit. Aber sie dürfen jetzt auf jeden Fall nicht so weit kommen, dass sie die offenen Inhibitoren nicht ausnutzen. Diamond sich kurz überraschen lassen. Aber wie gesagt, die Tank-Version macht keinen Schaden. Er geht jetzt hier anscheinend auch auf Warmox. Und hat 4.000 Leben, der Junge. Ein super Tanky. Ein guter Tanky. Aber Tanky ist, gibt die Jungen in Tarn relativ wenig. Vergiven schwellert er trotzdem durch. Ich habe jetzt seinen Morph, mein Mortius noch vollendet, um der Sörens-Poke ein bisschen besser entgegenwirken zu können. Farm von Vergiven, eh. Hat da los. Wobei, jetzt bringt es ja auch nichts mehr, quasi. Also man könnte noch auf die Richtung Schuhe gehen, aber die Fury-Erweiterung ist schon nicht schlecht. Ich glaube auch bei Corpy ist einer der wenigen AD-Carries, wo Schuhe im Late-Game besser sind, einfach wegen der Magier-Durchsperrung. Er muss halt schauen, wie stark das einen positiv beeinflusst. Die Durchdringung, die Hilfslehnseite nicht gegen Basalen. Oha. Weil die sind halt immer magieresistenzlos. Hast du jetzt die nach Hälfte gegeben? Aber Sorin kommt ja nicht zu dem Moment, das voll auszunutzen. Die Blumen-Farm ist auf jeden Fall auch attraktiv. Na, der geht, aber Farm ist ja nicht alles. Er ist nun auf der Jagd. Er hat noch ein ganzes Item hier, was er vollenden kann. Und das wird... Das könnte vieles sein. Das könnte Wylyse-Stunden-Lass. Ich würde sagen, Wylyse macht auch Sinn. Doch um mehr als ein Roll zu treffen. Und mit dem Item-Build, da reichen zwei, drei Rolls aus, um den Petsi zu töten. Und wenn du die mit Wylyse treffen kannst, dann kann das schon sehr, sehr schmerzhaft enden. Also man sieht, Gambit spielt das so sicher runter. Sie wollen ihren aller, allerersten Sieg holen. Und sie stehen 0-4. Und für diesen Sieg, da muss man halt auch manchmal Methoden nehmen, die jetzt vielleicht nicht so actionreich sind, aber auch nicht gefüllt mit den Epic-Rotations. Na, sie haben jetzt beide Inhibitoren an der Seite vernichtet. Komm, man drückt dagegen so gut sie können. Aber jetzt wird halt eine richtig große Horde von Superbasalen da kommen. Und damit natürlich die Möglichkeit, zu geben, eventuell die Mitte so in Bedruck zu setzen, dass das Ding auch fällt. Weil der Schade ist ja auch nicht gering, den Asi gegen Gebäude macht. Der kann da schon sehr tödlich sein. Ja, mit Full-Item-Build Corki und Asi hast du da schon einiges an Push-Potenzial. Wenn man den Turm da ein paar Sekunden außer Acht lässt, dann tut das definitiv nicht gut. Und Posen-Paper hat jetzt auch bisher eine Tankiness erreicht, mit der er vielleicht den Turm sogar einige Sekunden tanken könnte. Zusammen mit Diamond-Pox. Wenn sie so eine einmal unachtsam ist, dann kann das ganz schnell den letzten Individu-Turm bedeuten. Kann ich hier auch sehr gut ausweichen gerade. Minizier hat natürlich von den prozentualen Schaden sehr, sehr gut zurückgehalten. Auch Lucien ist ein guter Verteidiger mit seinen Doppelschüssen und natürlich seinen verstringenden Licht. Mehrere Ziele zu treffen ist jetzt hier absolut Gold wert. Und sie sind immer noch nicht in der Base. Der Drache ist am Leben. Den wollen sie nicht holen, weil sie die Belagerung durchbremsen wollen. Und Barron ist der Stille. Guck mal, muss doch nicht die Möglichkeit geben, so zurück zu pushen. Ich denke, mit dem Barron und zwei Super-Vasalen-Waves wäre es möglich, hier die Schale zu knacken. Aber, wenn jetzt Zeit investiert, um den Barron zu holen, sollten die Inhibitor noch bald wieder spawnen. Ja. Und wenn dann Korb-Magen-Wurfs einen Kampf gewinnt, mit bestehenden Inhibitor in der 44. Null, wenn es ein klares, sauberes Ace ist, dann ist es vorbei. Dann pushst du mit einem saftigen Mal durch. Barron genommen, das war klar. haben sie jetzt hier locker angehen können. Und nun, wohin? Gemeinsam oder aufgeteilt? Das ist immer wieder die Frage bei Gambit. Ich glaube, jetzt mit dem Barron macht es Sinn, wenigstens einen auf die Sidelines zu schicken. Nach unten wäre dann wahrscheinlich die bessere Variante. Aber es scheint so auszusehen, als ob sie jetzt hier einfach erst mal zu fünft. Ich glaube, wer diesen Split hat, vorgeben, den Rekord. Was Farmern geht. Oh, mit den Items ist es auch schwer an Lasted nichts zu kriegen. Ah, lass mich da mal ran. Das könnte funktionieren. Diamond hält auch mittlerweile relativ lange Stand. Er ist einer der wenigen Mitglieder ohne Full-Item-Bild. Mitte wird noch gut, es geht zu halten, aber der sieht nicht gut aus. Das Kanon-Minion da im Hintergrund mit der hohen Reichweite macht da einen guten Job. Auch der Bot-Inhibitor ist... Es sind natürlich alle wieder da, aber die Aufmerksamkeit ist halt so ärgerlich. Man hat auch viele Spiele gehabt, wo man einfach nur verteidigen musste und der Gegner von allen Seiten kommt. Niedermil geht wieder rein, um einfach nur den Kollegen zu vertreiben. Oh, die kritzt! Der geht ja fast down, Unlimited. Auf der Yard. Bot-Lane-Inhibitor ist jetzt nun gefallen. Ich glaube, früher hätte er flashen können. Ah, hat sich da nicht getraut und darf auch Forgiven nicht unterschätzen. Airwakes jetzt auch viel Schaden unterdessen kassiert. Mit Inhibitor wird ebenfalls fallen und sieht es halt. Freeze bemüht sich da einen Kill zu holen. Aber man konnte da den guten Gosu nicht retten. Jetzt die Frage, will man da eröffnen? Oh, Airwakes! Ultet da nochmal, kommt also weg. Halt die mit hier ein wenig, die Ult. Wobei, der Grund für den nicht. Au, Au, IP-Gragas hält nicht viel aus, aber das fast tut weh. Stößt ihn erstmal zurück. Sorin, aufgespießt! Stunden, beziehungsweise ein Mana-Schild nicht verwendet. Das ist ärgerlich. Ist jetzt explodiert. Was ist das eigentlich Spiel? Eleport kommt jetzt raus und kaputt. Der hat Full-HP. Syren ist 60 Sekunden tot. der Schild. Oh, freeze! AP-Gragas hat Potenzial. 600 IP, da kannst du auch AP Bart spielen und machst genauso viel Schaden. War aber sehr schmerzhaft für ihn hier. Oh, Youngback. das war's. Wo bist du denn, Youngback? In der Base. Du bist tot. Keine Chance in Gambit Gaming. Nach 47 spannenden Todesminuten haben sie es geschafft, ihren ersten Sieg zu holen stehen. Also genauso wie die Copenhagen Wolves mit 1 zu 4 da. Huh! Was ein atemberaubendes Spiel. Also buchstäblich atemberaubend. Au, der Chat. Ja, endlich.